In einer digitalisierten Welt spielen mobile Plattformen wie WhatsApp eine zentrale Rolle in der Kommunikation. Die Generation Z ist mobil, dynamisch und erreichbar. Über 90 Prozent sind auf WhatsApp aktiv. Die REX-Bewerbung über WhatsApp macht Prozesse effizienter. Die HR-Abteilung aktiviert die Bewerbung via WhatsApp auf Vakanzebene und der Bewerbende braucht nur Sekunden. Ein zeitgemäßer und dynamischer Ansatz. Kommunikation auf dem nächsten Level. Bewerber nutzen ihr Smartphone für Fragen. Die HR-Abteilung antwortet direkt über die REX Suite. So werden offene Punkte schnell geklärt und Interviewtermine unkompliziert vereinbart. Bewerben mit Kreativität. Mit Videobewerbung über WhatsApp können Bewerbende sich authentisch präsentieren und über ihre Skills und Fähigkeiten frei sprechen. Übrigens, Datenschutz hat Priorität. Dank End-zu-End-Verschlüsselung sind Ihre Daten sicher, ISO-geprüft und DSGVO-konform.